Ich gratuliere. Ich geh nur mal eben schnell Zigaretten ziehen, Schatz, ja? Aber bleib nicht so lang. Nur schnell Zigaretten ziehen. Eine Minute. Ich schaue dir. Hm? Hm? So... So... Moment mal. So... 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 So, was dazu gehört? So, was Kind tease Jegtht? Ich sehe... Ich, Entschuldigung, äh, ich, äh, ich, äh, ich, äh, Moment, was? Ich, ich wollte nur mal eben schnell Zigaretten ziehen. Nur eine Minute. Mein Mann! Was, Liebling, ich wollte nur mal eben... Was ist denn das? Was denn? Was ist denn das, hä? Und was ist das? Was? Was denn, Liebling? Guten Tag, ich kann, äh, ich, ich, ich wollte, ich, ich wollte doch nur... Und was ist das? Liebling, ich kenne den Mann nicht. Was machen Sie im Bett meiner Frau? Ich wollte nur mal eben schnell Zigaretten ziehen. Das ist gut. Ich bin in meiner Frau Zigaretten ziehen, was? Kannst du mir erklären, worüber der lacht? Na, warte, Freundchen. Dich kriege ich. Na, warte, dir werde ich zeigen. Ich wollte doch... Aber ich wollte doch... Ich wollte doch nur Zigaretten zu. Du, siehst kein kalten Sch geometric mehr! Ja, ja... Ja, ja, nein... Ja, es ist mir... Oh Gott, jetzt hab ich dich. Los, fass ihn, Paul! Ich bin ihn lebendig! Auf die Plätze! Fertig! Los! Hat sie mal nicht alle. Tut mir leid, Jungs. Los, hinterher! Ja, nehmt! Au! Er ist in die Kabinen eingebrochen. Gleich haben wir's! Ah, Zigaretten! Ich will mal eben schnell Zigaretten ziehen. Da ist er! Gleich geh'n, du dünnen Gurker! Pass auf, gleich geht ihm die Brust aus! Sieg. Oh! 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 Uuu... Uuu... Na und, wo ist er? Weg! Wo ist er vom Erdboden verschwunden, weg! Oh. Oh. Tag. Tag. Schau mal an, der gute alte Wäschetrick, den hatten wir seit Jahren nicht mehr. Ja, ich weiß zwar nicht, wovon Sie, aber wenn Sie wüssten, was ich so... Na, wollen wir Ihnen mal ein bisschen behilflich sein? Ja. Na, wird's denn auch gehen? Vielen Dank, danke, sehr nett schon. Willkommen daheim. Oh, das ist fürchte ich ein furchtbares Missverständnis. Ja, für die Hose hat's noch nicht mehr eine Reihe. Ich wollte nur mal eben schnell Zigaretten ziehen. Ja, ja, ja. Wirklich, ich wollte wirklich... Hallo, haben Sie, wie ist es, eine Zigarette für mich? Eine, bitte. Danke. Ach so, und noch ein bisschen Feuer? Ich hab's nicht. Danke!